Ich habe mich lange genug mit schlechten Fußball rumgeschlagen, und zwar mit meinem eigenen. Der Satz kommt natürlich nicht von mir, sondern von einem der großartigsten Trainer, vielleicht sogar in der Welt, ein Bombenmotivator, eine tolle Führungspersönlichkeit. Ich spreche von Jürgen Klopp, den ich diese Woche treffen konnte in Frankfurt und aus dem Gespräch, aus dem Abend mit ihm, einige tolle Lernpunkte rausgezogen habe für mich selber. Und vier von diesen Lernpunkten möchte ich euch heute gerne auf den Weg mitgeben, weil ich glaube, dass sie für jeden Menschen im Leben wirklich interessant sein können. Der erste Lernpunkt, den ich von ihm wirklich mitgenommen habe, ist der Punkt, wo er gesagt hat, um sich zu unterscheiden als Team oder auch als Mensch von anderen, positiv zu unterscheiden, mehr Erfolg zu haben. Dafür ist nicht entscheidend deine Fachqualifikation, sondern entscheidend ist deine Identifikation. Also Unterschiede in der Spitzenleistung werden durch Identifikation der Menschen gemacht, die sich also mit einer Aufgabe, mit einem Unternehmen, mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, die sich da voll identifizieren damit und ihr Herz da voll reingeben. Denn das macht Persönlichkeit aus. Und er sagt, wenn er einen Spieler hat, bei Borussia Dortmund, er spricht mit diesem Spieler über ein Jahr Identifikation, denn für ein Jahr, sagt er, ist diese Identifikation einforderbar. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ab heute identifiziere ich mich bis zum Rest meines Lebens mit einer Sache, sondern für einen speziellen Zeitraum. Schau da mal für dich, für deine Aufgaben, für deine Projekte, für deine Ziele, für deine Prüfung, für dein Unternehmen, da wo du arbeitest, was dir wichtig ist. Identifiziere dich zu 100%, egal was passiert, für einen bestimmten Zeitraum, den du festlegst, für diese Sache. Und das macht sehr, sehr viel aus. Denn je mehr Herz du dabei hast, bei deiner Sache, die du tust, bei dem Unternehmen, bei den Menschen, für die und mit denen du arbeitest, desto stärker wird auch dein Erfolg werden. Der zweite Punkt, den ich von dir mitgenommen habe, ist, er hat über Erfolg gesprochen, er hat gesagt, eine Grundeigenschaft des Erfolgs ist, dass das Bemühen um den Erfolg nicht anerkannt wird, sondern nur das Haben. Das heißt, es interessiert keinen, wie sehr du dich für deine Ziele einsetzt oder wie sehr du arbeitest und dir den Arsch aufreißt dafür, sondern die Leute interessiert nur immer, bist du erfolgreich oder bist du nicht erfolgreich? Erreichst du deine Ziele oder erreichst du sie nicht? Das heißt für uns, erwarte nicht von anderen, dass sie dich anerkennen, wertschätzen und beklatschen für das, wie sehr und wie intensiv du arbeitest, für das, was du erreichen willst. Du wirst nicht anerkannt im Außen für dein Engagement, sondern immer nur für deinen Erfolg, für deine Ergebnisse. Auf der anderen Seite musst du mit dir selbst genau andersrum umgehen. Bewerte dich also selbst nicht nur immer nach deinen Erfolgen und Misserfolgen, weil es sind nur immer vorübergehende Momente, sondern bewerte dich selbst nach deinem Engagement und nach deinem Einsatz. Denn je mehr Engagement, je mehr Einsatz du bringst über eine bestimmte Zeit, desto höher wird auch die Wahrscheinlichkeit für deinen Erfolg. Also streiche deine Erwartungen, dass andere dich dafür belohnen oder anerkennen, wie sehr du dich einsetzt, aber erkenne dich selbst an für diese Sache. Der dritte Punkt, den er gesagt hat, war Erfolg vor dem Spiel oder Erfolg für das Spiel wird nicht entschieden, in zwei Minuten, wo ich in der Kabine stehe und den Sportlern, den Jungs irgendwas sage, irgendwie einen speziellen Motivationsspruch sage, dass die dann rausgehen und von der Leistung explodieren, sondern Erfolg wird die Woche davor entschieden. Also die Tage davor, also nicht in den zwei Minuten der Kabinenansprache, sondern Erfolg entscheidet sich, wie haben wir denn die Tage davor gearbeitet, was wurde denn da gesprochen, wie hat denn da jeder gearbeitet. Das heißt, es geht nicht um Motivationstechniken, um irgendwelche speziellen Zaubermittel, dass du dann explodieren kannst von deiner Leistung in einem speziellen Moment, sondern Erfolg wird dadurch entschieden, wie gut arbeitest du denn jeden Tag an deinen Skills, an deinen Fähigkeiten, an deinem Wissen, an deinen Kompetenzen und wirst du denn jeden Tag ein bisschen besser durch das, wie intensiv du arbeitest für die ganze Geschichte. Erfolg entscheidet sich durch das, was du jeden Tag dafür tust und nicht durch eine Motivationstechnik, dass du auf einmal in deiner Leistung von 0 auf 100 explodierst. Also, wie intensiv arbeitest du denn täglich an deinen Fähigkeiten und Skits? Wie gut bereitest du dich vor auf deine Prüfung, auf deine Aufgaben, auf Gespräche, auf Zielerreichung und so weiter. Ja, und der vierte Punkt war für mich der schönste Punkt. Er sagt den Satz, das Leben, unser Leben sollte eine Aneinanderreihung von außergewöhnlichen Geschichten und Momenten sein. Außergewöhnliche Geschichten bedeutet nicht, dass immer alles außergewöhnlich cool ist. Das kann auch mal außergewöhnlich scheiße sein, wie gerade es auch bei ihm jetzt ist. Ja, wir haben jetzt Anfang Dezember 2014, Borussia Dortmund ist gerade mit Jürgen Klopp Tabellen 18. Also Tabellenletzter in der ersten Bundesliga. Und natürlich ist das eine außergewöhnliche Situation, die sich natürlich für ihn außergewöhnlich schlecht anfühlt. Aber irgendwann kommst du in deinem Leben an den Punkt, wo du zurückschaust auf dieses Leben und die Momente, an die du dich erinnern wirst, werden die außergewöhnlichen Momente sein, durch die du gepackt hast und akzeptiert und angenommen hast und wo du durchgegangen bist. Und diese Momente werden es sein, an die du dich zurückerinnerst und die dir im Rückblick ein Lächeln aufs Gesicht zaubern werden, weil du sagst, boah, das war zwar richtig tough, das war richtig hart, aber ich habe diesen Moment genommen und es war trotzdem irgendwie eine geile Zeit, vor allem die Zeit danach. Da bin ich so gewachsen, das war ein außergewöhnlicher Moment. Und so ist das Leben gedacht. Es geht darum, dich zu erinnern, wann war denn was, Erinnerungswerte zu schaffen. Das ist das, was Leben ausmacht. Kreiere ein außergewöhnliches Leben, indem du jedes Lebensjahr alles, was du machst, zu einer außergewöhnlichen Geschichte machst. Er sagt, sein Ziel ist, dass er mit den Spielern, mit seiner Mannschaft immer eine außergewöhnliche Saison bestreiten will. Es soll immer eine außergewöhnliche Saison mit Erinnerungswert bleiben. Schaffe Erinnerungswert auch in dieser Woche, in diesem Lebensjahr für dich. Und das ist das, was Leben ausmacht, was Lebensqualität ausmacht. Okay, ich glaube, das waren einige Punkte. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht, viele Impulse in kurzer Zeit. Schreib mir gerne dein Feedback dazu. Leite dieses Video weiter an Freunde von Jürgen Klopp oder generell an Menschen, die das so leicht interessiert. Schau auf meine Facebook-Seite Steffen Kirchner Motivationstrainer und Mentalcoach oder in meinem Blog. Informiere dich gerne über weitere Impulse und ich hoffe, wir können ein bisschen in Kontakt bleiben, uns darüber austauschen. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder reinschaut bei mir. Macht's gut, lebt stark, habt Spaß. Bis dann. Ciao. Okay. Ciao. 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 Vielen Dank.